Ich glaube, der große Fehler an allen Castingshows ist einfach der, dass die Leute glauben, also viele Leute glauben, dass es um die Inhalte der Castingshows geht. Darum geht es nicht. Es geht auch nicht bei einer Musik-Castingshow darum, ob einer gut singen kann. Es geht um eine Fernsehsendung. Wenn morgen einer herausfinden würde, dass man durch das Platzenlassen von Luftballons mehr Quote kriegen würde, würde man das senden. Auf allen Sendern. Keine Frage. Und deswegen, wenn man das einfach mal klar macht, dann ist es auch kein Problem.